Ja, das ist logisch, dass jetzt diese Fragen gestellt werden, aber ehrlicherweise haben wir im Winter auf Platz 6 gestanden und haben gesagt, wir werden alles daran setzen, uns für die Champions League zu qualifizieren. Und dass es dann am Ende mit so einem Rückstand dann sehr wahrscheinlich ist, dass wenn man ganz oben stehen wird, dass man dann den 34. Spieltag noch braucht. Und das ist das, was wir wollten. Wir wollten doch genau diese Atmosphäre haben. In Deutschland haben wir uns die letzten Jahre immer wieder gesagt, wir wollen wieder eine spannende Bundesliga haben. Und das haben wir erreicht dieses Jahr, dass es spannend wurde. Es war natürlich anders gedacht für uns mit dem Happy End, aber das haben wir halt nicht geschafft. Aber das, was wir hier erreicht haben, in der Stadt diesen Glauben zu wecken, dass wir es packen können, das ist genau das, was wir wollten. Und ob das jetzt zu viel war, ob das zu wenig war. Wer auf dieser Welt kann so eine Frage jetzt beantworten? Sondern wir können nur das beantworten, was wir selbst beeinflussen können. Und das ist, dass wir es wieder versuchen werden. Wir werden wieder versuchen, es besser zu machen. Und wenn es dann nächstes Jahr 34 Spieltage dauern wird, dann werden wir auch das wieder versuchen. Und das ist, was wir brauchen.